ein herzliches willkommen zu dem beta test zu battlefield hardline und ja ich würde sagen wir fangen an und zwar habe ich den k bekommen richtig geil finde ich persönlich ich weiß jetzt gerade gar nicht was ich bin ich bin polizist wie es aussieht ja und wie gesagt battlefield den ganz ich finde es gibt schon wieder solche nütze so der ist auch weg der lasses ja es sieht ja schon mal sehr gut aus finde ich das spiel ist schon mal richtig geil also ich meine es ist schon irgendwie ein neues battlefield finde ich in einer gewissen weise ich finde es jetzt nicht ich finde es nicht schlecht dass du mal was neues probieren also ich finde es auch ganz geil mit dem polizisten mit den geilen effekten und alles gibt es ja viel ach da oben sitzt da mensch 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 aber egal also das spiel es ist natürlich ein shooter ne das bedeutet wiederum das bedeutet es es oh wie geil das gemacht ist also ich persönlich finde ich hole mir das spiel es hat vielleicht jetzt nicht mehr es sieht aus wie ein hingeklatschtes spiel ok aber irgendwie finde ich es hat etwas atmosphärisches auf jeden fall so alter es geht hier halt immer recht schnell ab wie es aussieht besonders wenn hier eben so viele leute mit dabei sind professionell ja wir tryn einfach mal bei dem steal the package ok sind wir jetzt an 2 aufgestiegen ja meine reaktion wenn ich den regen sehe du bist du scheiße gewesen halt du bist du scheiße gewesen halt du bist du scheiße gewesen nicht ganz so schlecht nicht ganz so schlecht ich meine irgendwann werde ich ja wohl auch noch den sinn davon verstehen so was man da jetzt hier so ganz genau machen muss ich denke jetzt hier einfach mal mit stehlen oder was ich habe das package eingesammelt ich bin da재 ich bin da wer das haben wir nicht finden ich habe das Package eingesammelt perfekt leute richtig geil blackjack okay es gibt nicht so akku-wichtinger wie es aussieht richtig geil ich fahre mal ein bisschen mit dem rum ein dicker ein dicker wo ist denn der ah, der ist ja der erste sehr geil was macht denn der ok Leute haben ihn gekillt auf also wir müssen da sichern die Bilder ok so weit kann er die Granate also werfen das ist nicht unbedingt das Weiteste doch so geil ich habe echt nur geplant dass so viele gegen das Spiel haben das ist ja so jetzt ganz toll ich bekämpfen sich jetzt schön da drin und dann sie ist sie ist sie ist sie ist Gut, 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 oh nein. Oh komm, wir müssen das jetzt hier einnehmen. Nein, ich wollte gerade messern, also ich wollte den nicht messern, ich wollte mal gucken wo die Messertaste, sondern genau in dem Moment läuft der vor mich. Schade, dass ich den nicht bekommen habe, schade, schade, aber macht nichts. Dann bin ich natürlich absichtlich so hingesetzt, dass man da immer wieder joinen kann und dann weggemacht werden kann von Leuten, die einfach nur auf dem Dach stehen, weil sie blöd sind. Okay. Da. Kann ich jetzt hier auch mal eine andere Waffe hier irgendwie haben? Ah. AKM. Ja, wir kaufen uns die halt. Kommt Prosator. Perfekt. Fast ja. Mensch! So. Müssen wir nur mal gucken. Ich denke mal, wir werden jetzt einfach mal hochgehen. Ah, wir haben Baseballschläger. Stoppen müssen. Alter, wieso steht denn der da oben drauf? Das ist ja richtig scheiße. Ich bin ja Noob, Mama, ich muss da oben drauf stehen. Ich habe das Bucke. Tell me you did not just drop the package. No. Okay. Ja. Und das zieht man viel, aber... Ja. Alter, warum stehen da so viele Leute immer oben? Ja, warum haben wir die Angehörige aufspüren? Schade, aber ich werde erstmal den ersten Part jetzt hochhauen. Also, ich finde das Spiel cool, ich werde auch gleich weiterspielen, wenn ich mal. Obwohl, komm, ein Game geht noch, oder? Komm, ein Game geht. So. Na, geil. Ist ja nicht schlecht, ne? Also, ich war vollkommen überrascht, weil man musste ja irgendwie da sein Origin-Konto angeben auf der Seite. Und dann hieß es irgendwie, entweder du kriegst ein E-Mail oder du hast das Spiel dann als Auswahl zum Download. Habe halt einfach mal am PC angeschalten. Wollte schon mal Battlefield 3 spielen. Und auf einmal... Battlefield Hardline Beta. Habe ich mir erstmal gedacht, ja richtig geil, alter. Erstmal let's playen. Erstmal hier so ein paar draus haben. Mal gucken, wie viele ist denn noch werden. Ne? Hier. Sky-5-Asset-Spears to avoid the area until further notice. Das ist immer dieselbe, dieselbe Map leider. Aber es ist halt in Beta. Ich meine, Hauptsache, ich bin ja froh, dass wir sie überhaupt spielen können. Und ich finde, man sollte jetzt hier auch nicht alle Spielinhalte schon sehen und die einfach kurz nur spielen können. Das ist ja irgendwie auch ein Quatsch, ne? Also ich bin positiv überrascht von dem Spiel, muss ich ehrlich sagen. Ich finde es eher jetzt... Ich finde es nicht so... so... richtig echt. Ich finde das eher so... artspielerisch. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Transport Helicopter. Ich denke mal, wir steigen jetzt raus, Motorrad. Aber wir steigen bei einem Spot-Mitglied an. All units, we have a 2-11 in progress. Respond code 3. Suspects are heavily armed. So, go go. So, okay. Also, es sieht recht cool aus. Ich kann das nicht immer wieder sagen. Aua, aua, aua. So, Granate flächeln. So, Granate flächeln. So, Granate flächeln. Ah, wie alle Medics spielen. Aua, aua. Also, ich finde es ja immer wieder richtig witzig. Naja, egal. Egal. Was ich mir doch jetzt möchte. Aber warum... bin ich... Team Setup. Alter, lass uns doch mal ein... Alpha gehen. Ah, siehst du. Oh, nee. Der des saved ist auch noch. Hi. Kann man nicht mehr hin. Alter, lass mich doch gehen, du Sch... ...doch du... ...alter. Also, treffen müsste man vielleicht schon ein wenig können, ne? Also, ich meine ja nur. So scheiße... ...kann man ja gar nicht sein, ey. Da meine ich ja nun mal. Hier so am Rande, ne? Weil so scheiße schicken kann man ja nicht, ne? Obwohl, er hat's bewiesen. Was ist denn? Bleib nicht stehen, bitte. Was ist denn? Blast mir hinten. Scott, warum... ...das ist denn? Ach so. Oh, mein ne? Oh... Also, erst mal lad ich rein... ...ьте-schuld. Das ist ja erst mal ladig rein. Alter! Und wo denn? Hä? Alter, willst du mich ja nicht fahr... Alter, das steht... Oh, nee, Leute. Ich bin hier bei 3. Ich bin hier. Oh, ich bin hier bei 3. Ich bin hier bei 3. Ich bin hier bei 3. Das ist gut. Manie hier. Covering. Covering. We covered it. 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 Oh, wie scheiße bist du denn? Oh, wie scheiße bist du denn? Junge, ich brauche Medi-Kit. Also gerade so gut sind sie ja noch alle nicht, das ist immer schön. Das ist so wunderbar. Ja, da kann man nichts machen. Man konzentriert sich halt eben auf den einen und dann macht ihn der andere weg. Das ist immer so. Das ist immer so. Das ist immer so. Ich behaupte einfach aber mal, wie ging zu dem hier. Recover the bag. Das ist immer so. Ja, das können wir ja machen. Ach, man kann nicht immer auf den anderen stellen. Das ist ja das scheiße. Man muss doch da hier voll die geilen Griffe können. So, dann machen wir doch nicht dort. Ja, ich, ich, ich. Da sind so viele. Man, guck dir die mal an, die vercampen sich alle da oben. Und mit alle meine ich echt alle. Meine ich alle sind. Auch. Keine gute Idee. Kups. Oh mein Gott, mehrere zwei. Bitte lande oder sonst irgendwas. Der ist umgefallen. Destroy an enemy. Alter, fahr doch mal. Bitte gerade. Ach komm, jetzt ernsthaft. Die campen sich immer an dieselbe Stelle. Was sind das denn für langweiler? Ich meine, ganz klar. Was hat an einer Stelle rum zu lungern? Ist doch scheiße. Oh, lungern. Wie schwul hat sich das jetzt wieder angehört. Es war ein Fehler. Es war ein Fehler. Diese Noobs können alle nicht fliegen. Was ist das denn für eine scheiße? Also mich regen immer diese scheiß Games auf, wo die einfach nicht fliegen können. Ich meine, ich bin also auch nicht der Beste. Ja, ich bin eigentlich genauso scheiße. Aber ich kann wenigstens nicht die ganze Zeit hier blöd rumgurksen. Ich mach was. Ich mach was. So. Abreagiert. Es sind immer solche Spiele, die regen mich so übelst auf. Einfach nur, wie scheiße kann der denn bitte sein? Und trifft den bitte schon nicht? Das sind solche Fragen. Mitdi. Ich mein so kacke kann man doch nicht sein. Der rennt um die Ecke. Der andere lädt wahrscheinlich gerade nach. weil der eine Zeit lang nicht geschossen hat. Und der trifft den Bobby nicht. Also jetzt mal ernsthaft. Der Bevölkerte versteh ich nicht wie scheiße Mobi ist die sind. Oder wenn's das echt geht, ne? Was? Was ist das? Oh, ach so, dann können wir dann das Das war gut dann Nachladen Wir gehen einfach weiter hoch, da Wir brauchen dann einen Blanker, um hochzukommen Ok, ok, ok Oh, Mama Geile Scheiße Wolltest du nicht zu weit, äh, da jetzt in die Nähe kommen, weil wir sind neu gekommen, oder? Ok Das war jetzt irgendwie komisch, oder? Hmm, they've taken package Stopped the carrier Alter, die kommen von überall, wo sind denn eigentlich meine Teammates? Die machen ja gar nichts, kommt mir so vor Aber Alter, immer die letzten da 1, 2, 2, 1 Da wirst du mich verarschen, die Scheiß kann man eigentlich in dem Spiel nicht sagen Also ich sag ja nichts, wenn es schwere Gegner sind, ne? Ja, wir müssen jetzt hier noch Ja, richtig gut waren wir Haha, oh mein Gott Naja, gut Das war jetzt hier nicht so eine coole Runde Aber egal, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen, hoffe dass es euch gefallen hat Und ja, ich würde sagen, kommen wahrscheinlich noch mehr Parts Und jo, bis dahin Leute, ciao Bis zum nächsten Mal